Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 2. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen in Gekko umgeschaut und haben herausgefunden, dass Gier teilweise gar nicht so schlecht sein kann. Und wir haben ein recht interessantes Angebot, das wir nach Bunkerstadt bringen können. Allerdings werde ich das nicht der Erstbürgerin geben, sondern ihrem Assistenten, dem... Ach, ich habe den Namen vergessen. Die letzte Folge war auch in der letzten Aufnahme, deswegen bin ich noch nicht komplett drin. Deswegen gehen wir einfach mal zurück nach Bunkerstadt. Wir haben... oder... ich bleibe noch mal kurz hier. Siedlung. Gut, wir haben das Gekko Holo... die Gekko Holo Disc. Kann ich die verwenden? Das bewirkt nichts. Alles klar, ich schaue hier noch mal schnell in den Pip-Boy. Status. Gekko, löse das Problem mit dem Kraftwerk von Gekko und besorge das Superwerkzeug fürs Gita. Da... das können wir in Bunkerstadt dann mal machen. Was schaut... was haben wir denn in Bunkerstadt? Das Problem mit dem Kraftwerk in Gekko lösen, weil ich glaube, die Erstbürgerin ist darauf aus, dass wir Gekko ausradieren, was wir auch aus der Reaktion von den Ghouls mitbekommen haben. Und Werkzeug in Form von Zange und Schraubenschlüssel bei der Reparaturwerkstatt abgeben. Alles klar, dann gehen wir erstmal zurück nach Bunkerstadt. Ist ja zum Glück nicht so weit weg. Du möchtest begegnen einen Straßenräubern auf Spurensuche mit Wildhunden. Nein, möchte ich ehrlich gesagt nicht begegnen. Okay, es ist 22. Achso, nee, es war trotzdem noch nachts. Sieben. Tagesausweis bitte. Bitte schön. Alles klar, bevor du reingehst, müssen wir dich erst durchsuchen. Okay, natürlich. Natürlich müsst ihr mich durchsuchen. Alles klar, du scheinst sauber zu sein. Natürlich bin ich sauber. Oh, und ich habe ein Level up. Wir standen echt zu knapp vor dem Level up. Alles klar. Ich werde mal die Riedenfähigkeit auf 92 bringen und den Rest wieder in kleine Waffen stecken. Ja, komm, bringen wir Rieden auf 90. Oder gleich auf 100. Komm, dann sind wir auf Rieden Level 100. Das ist, denke ich mal, gerade in der Situation nichts verkehrtes. Und Vic hat auch ein Level up erhalten. Das ist ja sehr cool. Das ist ja auch wirklich cool. Das finde ich gut. So. Und wir müssen hier wieder in den Norden. Und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, jetzt Bürger von Bunkerstadt zu werden. Fände ich natürlich großartig. Und wir spazieren einmal hier rüber. Ja. Gab es noch etwas, was du wolltest? McClure. Genau, so heißt es dann. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Was würdest du gerne wissen? Deine Aufgabe kennen wir. Über das G kann man dich auch schon ausgefragt. Erstbürgerin haben wir auch. Ich denke, dass du vielleicht einen Gegenstand hast, der Geckos Kraftwerk in Ordnung bringen kann. Was meinst du damit? Und zwar, wenn ich einen hydroelektrischen magnetosphärischen Regulator hätte, könnte ich das, deren Werk wieder sauber, könnte deren Werk wieder sauber laufen. Das ist eine annehmbare Lösung. Das Strahlungsgift zu stoppen, ist das einzige, was wichtig ist. Ich bin besorgt, dass Linette mir die Staatsbürgerschaft verweigern wird, falls ich das Werk in Ordnung bringe. Falls du deren Werk in Ordnung bringst, gebe ich dir die Staatsbürgerschaft und kann sie, äh... und da kann sie verdammt nochmal nichts dagegen tun. Wunderbar, wo kann ich so ein Teil bekommen? Geh zu Randall, dem Chef des Bürgerbüros, äh, des Büros am, Büros der Annehmlichkeiten. Er wird das Teil vorrätig haben. Ähm, da gibt es aber noch etwas. Vielleicht interessiert dich diese Wirtschaftsdatendisk. Entschuldigung? Eine Wirtschaftsdatendisk? Was meinst du damit? Es ist eine Wirtschaftsdiskette, die die Energiemenge anzeigt, die Gekkos Atomkraftwerk vor dem Krieg produzierte und wieder produzieren könnte. Ich, ich verstehe. Nun, was hat das mit mir zu tun? Nun, so wie ich es verstehe, kann nur der Bunkerstadtstromgenerator so viele Menschen versorgen. Tatsächlich nähert er sich schon seiner Grenze. Ich werde dich nicht fragen, wie du zu dieser Information gekommen bist. Aber falls sie wahr ist, was schlägst du vor? Die Diskette zeigt an, dass es möglich ist, genügend Energie auch für Bunkerstadt zu produzieren, wenn erst mal das, äh, Gekkokraftwerk in Ordnung ist. Es scheint, als ob der Reaktor aber erst einmal optimiert werden müsste. Schlägst du vor, wir besetzen Gekko und nehmen deren Kraftwerk? Ich werde nicht... Nein, nein. Falls Gekko die Optimierungsdaten für das Werk erhalten würde, wette ich, dass sie gewillt sind, ihre überschüssige Energie für medizinische Dienste zu verkaufen. Hm. Was, wenn der medizinische Dienst, äh, was den medizinischen Dienst betrifft, äh, stehe ich in der Einigung mit den Ghouls nicht ablehnend gegenüber. Sie haben auf jeden Fall genügend, äh, genug erlitten. Aber wir können, äh, wie können wir deren Werk optimieren? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich mit, äh, jemandem reden, wenn das Werk erst mal repariert ist. Ich habe keine Einwände, äh, zu deinem Vorschlag. Falls du Möglichkeiten zur Optimierung des Werks finden kannst, lass sie mich wissen. Okay. Ich werde das Teil von Randall holen und schauen, äh, dass ich den Reaktor zuerst repariere. Ich werde die Wirtschaftsdiskette behalten und sie genauer untersuchen. Vielleicht kann ich, äh, den Rat überzeugen, mit Gecko in Verhandlungen für die Energie zu treten. Die Daten, äh, Datendiskette wäre dafür ein sehr guter, ein sehr gutes Argument. Das verstehe ich. Vielen Dank. Das scheint ja wunderbar zu klappen. Deswegen, ich werde mich auch gar nicht bei der Erstbürgerin blicken lassen. Weil, ähm, McClure hat mir zugesichert, dass ich die, die Bunker, äh, Bunkerstadt Staatsbürgerschaft bekomme. Und, äh, auch mit den, mit der Energie und sowas ist es, also, er scheint da doch, äh, sehr, sehr kooperativ und nicht so vorurteilsbeladen zu sein, wie die meisten anderen Bunkerstadtbewohner. Deswegen schaue ich erst, ach so, ne, warte, 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 Moment. Ich muss natürlich in das Büro für Annehmlichkeiten, um das entsprechende Teil zu holen, den, äh, Atmosphärenregulator. Magnus hat sich gemerkt, wie das Ding heißt. Hallo, Fremder. Immer wieder angenehm, ein neues Gesicht zu sehen. Ich heiße Randall. Ich bin der Chef des Büros für Annehmlichkeiten. Brauchst du was? Kommt drauf an, wo bin ich hier? Das ist das Büro für Annehmlichkeiten. Wir haben alles, was man zum Leben braucht. Ein paar Bücher, Gebrauchsanweisungen, Werkzeugs, Stimpacks, medizinisches Zubehör, alles mögliche. Stadtrat McClure meinte, ich hätte, ich könnte bei dir einen Hydroelektrischen Magnetosphärenregulator bekommen. Ja, er sagte sowas, von wegen, dass du hier vorbeikommen würdest. Magnus, stimmt's? Warte einen Augenblick, ich hole dir den Hydroelektrischen Magneto, äh, Hymag. Alles klar. Okay, hier, bitteschön, ein Hymag. Sieht ein bisschen wie eine Lavalampe aus, findest du nicht? Vorsicht, äh, Vorsicht, nicht fallen lassen, ist ziemlich empfindlich. Das gute Stück. Auch schön die Antwortmöglichkeit. Danke, ich hätte gut Lust, mir das Teil ein paar Stunden lang ausführlich anzuschauen, bevor ich es ins Kraftwerk, äh, nach Gekko bringe. Ja, sagen wir das einfach mal. So, okay, das war einfach nur beenden. Ähm, komm, lass uns mal handeln. Ach, du hast, du hast gar nichts. Ähm, achso, ist nur für Bürger zuständig, deswegen werde ich einfach mal in die anderen, äh, Zweigstellen des Büros für Annehmlichkeiten gucken, ob ich vielleicht eins dieser Superwerkzeuge finde. Ähm, zeig mir, was du auf Lage hast. Brecheisen, Feuerzeug, eine Zange, die ist aber auch ganz schön teuer. Und das ist nicht das Superwerkzeug, das ich suche, und, äh, nachdem ich noch keinen Schraubenschlüssel habe, werde ich, werde ich jetzt hier auch noch keine Zange kaufen. Und du hattest Medizin und sowas, ne? Genau, das war der Mediziner. Danke. Okay, okay, dann haben wir auf jeden Fall den Hydro, Elektro, äh, Hydroelektrisches Teil. Schaut auf jeden Fall sehr futuristisch aus und leuchtet auch. Nicht schlecht, dann bringen wir das Ganze mal ins Kraftwerk. Und, dann hoffe ich mal für die Ghouls, dass das Ganze wirklich so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Dass, äh, Bunkerstadt mit Gecko kooperiert. Aber, wenn der Stadtrat, äh, McClure, sich dafür einsetzt, dann, naja, letztendlich habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass Bunkerstadt irgendwann, äh, einfach nur versuchen wird, äh, Gecko auszubeuten. Aber, man weiß es ja nicht. So. Dann rede ich erst mal mit, äh, Ist Harold gar nicht da? Achso, äh, ins Officer-Büro. Da ist Harold. Ich bin einfach in die falsche Tür gegangen. Ähm. Hm, 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 hm. Ja, ich habe das Teil um... Das geht in den Bauch runter. Naja, so etwa in der Art. Unser Reaktor, du bist wohl auch nicht und das wäre auch gar nicht gu... Wer hätte gedacht, dass ich noch zu etwas Nutze sein würde? Wenn, wenn wir allerdings nicht schleunigst, einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator bekommen, sieht schlecht aus. Ähm, ich habe so ein Ding. Wir brauchen einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator. Er muss bald installiert werden, sonst haben wir ein echtes Problem. Hm. Ich habe so ein Teil. Ähm. Das bewirkt nichts. Äh. Soll ich jetzt einfach in den Reaktor reinrennen und ich weiß, ich weiß nicht mal, wo ich das installieren müsste? Äh. Schauen wir nochmal in Pip-Boy. Status Gecko. Zum Glück haben wir Vic dabei, der gut im Reparieren ist. Ich gehe jetzt einfach mal ins Kraftwerk rein. Vielleicht wird mir da jemand sagen können, wo ich mit dem Ding hin muss. Willkommen im Atomkraftwerk. Eine Warnung. Wenn etwas schiefläuft, während du hier drinnen bist, wirst du deinen Kopf dafür hinhalten, Glatthaut. Ähm. Ich werde vorsichtig sein. Ich suche was. Vielleicht kannst du mir sagen, wo ich es finde. Und was suchst du? Den Reaktorkontrollraum, den Versorgungsraum, den Roboter-Kontrollraum oder den Reaktorkern? Ich weiß nicht, wo ich das Ding einbauen muss. Ich sage jetzt einfach mal den Reaktorkontrollraum. Zum Reaktorkontrollraum geht es durch die Tür rechts von der Tür, durch die du das Gebäude gekommen bist. Dann gehst du am Ende durch die Tür, vorbei an den gelben Sicherheitstür, dann rechts für die Sicherheitstür brauchst du allerdings eine Keycard. Ich brauche eine Keycard. Wo bekomme ich die? Ich glaube, Jeremy hat einen Schlüssel. Die Wächter an den Sicherheitstüren haben Schlüssel und einige Leute, die hier im Reaktor wohnen. Danke, das ist alles, was ich wissen muss. Und tschüss. Alles klar. Wir müssen hier erstmal rechts durch diese Tür. Okay, es hört sich sehr interessant an hier. Kein Schlüssel, kein Einlass. Ja, da ist auf jeden Fall dieses gelbe Sicherheits-Shot. Du solltest dich an Harold wenden, wenn du eine gelbe Keycard haben willst. Okay, dann gehe ich wieder zurück zu Harold. Ein bisschen komisch, dass ich ihm nicht sagen konnte, dass ich so ein Ding habe. Wie kann ich dir helfen, Grünsch... Ähm... Ja, gehen wir noch mal durch. Was machst du hier? Okay, das wissen wir eigentlich alles schon. Das hört sich nicht so gut an. Ja, aber für einen Toten mache ich meine Sache gar nicht schlecht. Ist doch immer wieder schön, die Gesichter zu sehen, wenn ich das sage. Tot, sagst du nicht, dass... Äh... Dafür machst du dich äh... Ziemlich gut. So gut, dass du mir... Ähm... Ja, es geht alles den Bach runter. Na ja, so etwa in der Art. Unser Reaktor ist ein klein wenig empfindlich. Meine Leute tun ihr Bestes, aber sie haben die Intelligenz auch nicht mit Löffeln gefressen. Du bist wohl auch... Das hatten wir alles schon. Das wäre alles gut gewesen. Zum Glück konnte ich... Wer hätte gedacht, dass ich noch zu etwas Nutze sein würde? Schwierigkeiten, was für Schwierigkeiten? Wir brauchen einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator. Er muss bald installiert werden, sonst haben wir ein echtes Problem. Wo kauft ihr den Brennstoff? Das ist eine Bergarbeiterstadt im Süden. Ja, wir haben so ein... Sicher, dass die Scheißkerle in Bunkerstadt einen haben. Aber sie würden uns nur helfen, wenn es... Sie schießen jeden Ghoul ab, den sie sehen. Ja. Wir brauchen einen hydroelektrischen Magnetosphären. Ja, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, Harold. Können wir bald installiert werden, sonst haben wir ein echtes Problem. Wie kann ich dir helfen, Grün? Ähm... Wir drehen uns echt ein bisschen im Kreis, vor allem... Hm? Wie kann ich dir helfen, Grün? Ja. Ich würde ja gerne mit dir reden. Ähm... Na gut, aber dann würde ich mal sagen, schauen wir in der nächsten Folge, wie wir den Reaktor hier in Gekko reparieren können. Und, äh... Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.